Julian Assange darf Berufung gegen Auslieferung an die USA einlegen. Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, hat die Erlaubnis erhalten, gegen seine Auslieferung an die USA Berufung einzulegen. Dies ist der jüngste Schritt in einem langwierigen und hoch umstrittenen Rechtsfall, der die globale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Assanges Anhänger sehen ihn als einen Helden der Pressefreiheit, während seine Kritiker ihn als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit betrachten. Der Hintergrund von Assanges Fall. Julian Assange gehört seit über einem Jahrzehnt zu den umstrittensten Figuren im Bereich der internationalen Politik und des Journalismus. Bekannt wurde er durch seine Plattform Wikileaks, die geheime Dokumente und Informationen veröffentlicht, darunter auch zahlreiche von der US-Regierung als vertraulich eingestufte Daten. Im Jahr 2010 wurde er in Schweden wegen sexueller Vergehen gesucht. Aber er wehrte sich fortwährend gegen seine Auslieferung und suchte schließlich Asyl in der Ecuadorianischen Botschaft in London, wo er fast sieben Jahre verbrachte. Im April 2019 wurde er schließlich in der Botschaft von der britischen Polizei festgenommen, nachdem Ecuador ihm das Asyl entzogen hatte. Assange wurde daraufhin in das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London gebracht, wo er seitdem inhaftiert ist. Die US-amerikanischen Anklagen, die USA beschuldigen Assange durch die Veröffentlichung von Hunderttausenden von geheimen Militär- und diplomatischen Dokumenten im Jahr 2010 gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Die Anklage umfasst mehrere Punkte, darunter den Vorwurf der Verschwörung zur Computerhackerie und Spionage. Laut der US-Regierung gefährden die Veröffentlichungen von Wikileaks das Leben von Informanten und gehen weit über journalistische Tätigkeiten hinaus. Die britische Gerichtsentscheidung. Im Januar 2021 entschied ein britisches Gericht, dass Assange nicht an die USA ausgeliefert werden sollte, weil sein psychischer Gesundheitszustand ein Risiko für Selbstmord darstelle, wenn er den harten Bedingungen eines US-Gefängnisses ausgesetzt wäre. Doch im Dezember 2021 hob das oberste Gericht diese Entscheidung auf, nachdem es Zusicherungen von US-Seite gab, dass Assange in einem weniger restriktiven Gefängnis untergebracht und angemessene medizinische Versorgung erhalten würde. Die Erlaubnis zur Berufung. Seit der Entscheidung des obersten Gerichts hat Assanges Verteidigungsteam unermüdlich daran gearbeitet, Berufung gegen die Auslieferung einzulegen. Vor kurzem wurde bekannt, dass das Berufungsgericht ihm diesen Schritt erlaubt hat. Dies bedeutet, dass der Fall nun erneut überprüft wird, was die Auslieferung weiter verzögern und möglicherweise sogar verhindern könnte. Internationale Reaktionen. Die Erlaubnis zur Berufung hat weltweit eine breite Resonanz gefunden. Menschenrechtsorganisationen und Pressefreiheitsgruppen begrüßten die Entscheidung. Amnesty International erklärte, dass die Auslieferung Assanges einen gefährlichen Präzedenzfall für Journalisten weltweit schaffen könnte. Auch Reporter ohne Grenzen äußerte sich ähnlich und betonte die Notwendigkeit eines starken Schutzes der Pressefreiheit. Quellen BBC News, 13. Januar 2023. Julian Assange granted permission to appeal against US extradition. The Guardian, 19. Dezember 2021. Julian Assange. High Court allows US to expand grounds for appeal. Amnesty International, 24. February 2022. Julian Assange case. Amnesty condemns US extradition efforts. Author Anita Fack. Montag Montar.